Hallo! Na, wie schaut's? Seid ihr auch schon ein bisschen kroggy? Also, ja, Adventskalender, nächster Tag. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ja, und dann gehe ich am besten schlafen. Also, wir haben heute einen wunderschönen Gutschein wieder für euch. Und zwar 10 Euro für Amazon. Und wie ihr wisst, oder wie ihr vielleicht noch nicht wisst, das Ganze machen wir so. Normalerweise halte ich ja immer schön die Gewinne hoch, das was es gibt. Aber, da man die ja per E-Mail direkt zuschicken kann, machen wir das eben auf die Art und Weise, so habt ihr die dann richtig schnell in den Händen. Oder vor den Augen. Ist ja digital, kann man nicht so richtig... Naja, alles klar. Also, wie gesagt, 10 Euro Amazon, einen Gutschein. Wenn ihr mitmachen wollt, dann erkündigt euch am besten B. Das geht immer in den Beschreibungen unter den Videos, wie auch hier. Oder eben in dem Fall jetzt auch, wie immer auch, dass wir eben ein Erklärvideo vorher gemacht hatten, beziehungsweise ein Video, wo wir auch das Gewinnspiel in Adventskalender angekündigt haben. Und dazu findet ihr den Link auch unten in der Beschreibung. Ne? Also, macht mit! Viel Erfolg! Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bleibt geschmeidig! Musik 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 Musik